Sie errichteten die Mauern über Nacht. Angeblich zu unserer eigenen Sicherheit. Ein gelbes Pulver sollte die Lösung sein. Aber das Virus brach aus. Im Inneren. Dark Zones. So nennen wir sie jetzt. Um zu überleben, müssen wir herausfinden, was uns antreibt. Werden wir jenen helfen, die in Not sind? Werden wir der Versuchung nachgeben? Werden wir gegen unsere Instinkte handeln? Je weiter wir gehen, umso eher finden wir heraus, wozu wir fähig sind. Auf Xbox One spielen. Ja. Boah.